Hallo, mein Name ist Julia Heppner und ich bin Mediengestalterin von PfalzEcho. Wussten Sie schon? Nicht alle Superhelden tragen einen Umgang. Ich übrigens auch nicht. Trotzdem bin ich jederzeit bereit für meine Kunden die Welt zu retten. Neben der Gestaltung von klassischen Drucksachen liegt meine Superkraft darin, die Webdesigns für ihren Auftritt im digitalen Mediendschungel zu entwerfen. Außerdem freue ich mich über jede neue Herausforderung, wenn es um das visuelle Aushängeschild ihres Unternehmens geht. Ob ich nun neuen Design-Trends folge oder ihrem Erscheinungsbild einfach nur einen neuen Anstrich gebe, für mich ist das alles nicht schwarz oder weiß, sondern ein Mix aus vielen wunderbaren Farben und Gestaltungselementen, die genau zu dem passen, was sie sich vorstellen.